Und es gibt ein wenig Shakes & Fidget T-18, dann geht's los mit W22, die 22. internationale Spielwelt. Und ich werde mal schauen, ob ich mich da registrieren kann, was am Anfang so geht. Nur die ersten paar Minütchen, ich werde nicht aktiv auf diesem Server zocken. Da macht mir die Unterwelt auf den anderen Servern gerade zu viel Spaß. So, jetzt spielen, zulassen, natürlich, Flash wird hierfür benötigt. Dann Schilling eingeben. Wir nehmen einen Kundi, wir nehmen einen Gnom, wir klicken auf weiter mit E-Mail-Adresse. Und los geht's. Ich habe den Namen Schilling. Dankeschön, Ehrenhalle 27. Mann, 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 der Schilling ist langsam. Der ist aber mal richtig langsam. So, was tut sich im Laden? Kann man da irgendwas kaufen? Rüste dich aus, mache ich natürlich gleich. Nein, da kauft man erstmal nichts. Da gönnt man sich sowas. Und dann greifen wir direkt jemanden an. Und zwar Kundi gegen Kundi. Kampf der Giganten. Hm, 112 Ausdauer habe ich. Der hat 104. Ich habe natürlich nicht Ausdauer, sondern Lebenspunkte. Ich habe gerade geskillt. Und der hat mich gekillt. Dankeschön. So kann's gehen. So, Abenteuer. Hinein ins Abenteuer. Für bestandene Abenteuer hältst du Gold und Erfahrung. Sprich gleich den Questgeber am Tisch an und such dir eine Quest aus. Okay, was ich jetzt machen werde ist E-Mail checken. Validierung. Hoffentlich angekommen. Reiztier kaufen. Und dann kann's hier feuchtfröhlich losgehen. Gut, E-Mail-Validierung angekommen. Ähm, nein. So, jetzt noch meinen Text hier kopieren. Und rüberschauen. Internationale Welt, äh, 22. Gut, da sind wir. Da bin ich mit 25 Pilzen. Direkt mal das beste Mount holen. Und leasen. Da bekommt man sogar Silber. Also was hier steht, ist die sogenannte Umweltprämie. Weil man das schnellste Mount verwendet, bekommt man sogar noch eine Prämie. Und das muss man nicht bezahlen. So, wie ich sehe, kommst du gut zurecht. Äh, jawohl. Nach einigen Jahren Shakespeare hat es schon langsam ein bisschen zumindest verstanden. Und komme da schon, Moment, wie lange? War die hier? Sieben Sekunden? Ich nehme mal die, oder? Sieben Sekunden. Die kürzeste Quest, seit es Schokolade nicht gibt. Und mittlerweile, okay. 3000 Spieler registriert. Das geht schon mal klar. Corino! Direkt in die Charakterbeschreibung schreiben. Bester Rang 1. So, die erste Quest des Tages gibt immer einen kostenlosen Pilz. Bedeutet, ich könnte rein theoretisch direkt 20 Abenteuerlust danach trinken. Genau. Im Prinzip, was haben wir jetzt? Heute ist Freitag, Serverstart. Immer, also fast immer Freitags. 16 Uhr. Jetzt, am Wochenende, ist dann das Gold-Event. Ich persönlich finde, ein Gold-Event ist sehr spaßig für einen Server-Start. Denn, da, also, was bei den Gilden immer so ein bisschen die Sache ist, die Spenden. Der Ausbau der Gilde, der ist enorm wichtig. Und die Leute sind da aber gerne mal egoistisch. Also, wenn das keine eingefleischte Truppe ist, die sich irgendwie kennt von anderen Servern oder so, dann skillt man ganz gerne und spendet nicht immer in die Gilde, sondern skillt und skillt, macht seine Dungeons. Aber, das Wichtigste ist im Prinzip, also nicht das Wichtigste, aber ganz wichtig ist es, dass die Gilde so schnell wie möglich ausgebaut ist. Vor allem jetzt bei einem Event wie diesem, Gold-Event. Wer da schnell die Erfahrungspunkte ausbaut, dass die Leute alle höher leveln, dann bekommen sie mehr Gold, man kann mehr Gold rein spenden, man kann die Gold-Bonus ausbauen und so weiter und so fort. Das geht schon ziemlich gut ab dann. Wow! Schilling, bester Rang, 12? In den Top 10, fast gefangen, Fragezeichen, Rufzeichen. Gilden gibt es sogar auch schon. Und zwar häufig machen die Leute eben mit dem Stall. Holen sie sich ganz oft den Greifen hier. Und dann kann man, hat man direkt die 10 Gold. Also man muss nur, angenommen 60 Silber, das macht man jetzt 20 Mal. Dann hat man die 20 Gold auf jeden Fall drin und kann sofort eine Gilde gründen. Obwohl es nicht wirklich wichtig ist, so schnell eine Gilde zu gründen. Da habe ich schon Post und vermutlich auch eine Gildeneinladung von Maurice. Ich trete direkt bei, wenn er mich schon so freundlich einlädt hier in der Gilde Primus. Aber da werde ich nicht bleiben. Ich werde in gar keiner Gilde bleiben. Ich zocke hier nur so ein bisschen vor mich hin. Und nehme die nächste Dingenskirche an. Also genau. Das heißt, obwohl Gold-Event ist am Wochenende, würde ich nicht unbedingt auf Gold gehen. Auch hier beim Lehrmeister eher den Lehrmeister ausbauen. Nicht so sehr den Goldschatz. Ich meine natürlich auch, wenn es günstig ist. Aber Lehrmeister doch oben halten, ist meine Ansicht. Denn, besonders am Anfang, wenn man da schneller levelt, 5 Mal mehr Gold. Also da bekommt man automatisch durch die höheren Level mehr Gold. Und da rentiert sich das darüber, sage ich jetzt mal. Und ich habe hier ein paar Items zum Ausrüsten. Deshalb, es ist zwar verlockend beim Gold-Event auf Gold zu zocken. Würde ich aber nur in Ausnahmefällen machen, wenn die Quest-Auswahl wirklich extrem mies ist. Dann eventuell eine Gold-Quest annehmen. Ansonsten in die Gilde rein spenden. Ich bin mir sicher, manche Leute schaffen es nach kürzester Zeit schon. Und die Gilde komplett auszubauen. Und kann denn der da oben sein mit Level 1 und 0 Quests? Was geht mit dir ab? 851 Ehre. Genau. Das heißt hier, eher in die Gilde rein spenden. Und trotzdem aber eher auf Erfahrungspunkte gehen. Dann eine weitere Sache. Die Festung. Die ist ja am Anfang bei einem Server-Start. Eher nervig, weil 100 Gold für die Festung, dann 40 Gold für so ein Gebäude, 70 Gold. Das ist ziemlich viel am Anfang. Das ist wirklich eigentlich eine Menge. Und aus diesem Grund ist so ein Gold-Event wirklich mal 5. Das ist nicht mal 2. Das ist mal 5. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aus diesem Grund ist ein Gold-Event schon ziemlich genial. Ey, greifen mich die Leute da an und nehmen mir... Jo, die nehmen mir alle mein Gold weg. Hört auf. Und ich kann... Man kann ja nur ein Gold spenden. Niederlage gegen Zwerg. Bist du noch zu retten? Level 4 ist der schon hier. Den Kampf wollte ich mir anzeigen. Hier. Was machst du mit mir? Bist du denn das Wahnsinnsfette Beute? Das war ein Schuss in den Ofen. Hast du schon eine... Oh, der hat schon eine starke Waffe. Kaufi. Wer ist der Kaufi? Hat einmal verloren. Naja, einmal gewonnen. Und dann dachte er... Jo, jetzt geht's ab. Und dann... Alle anderen Male... Hat er da die Waffe ausgezogen? Nein. Grüße gehen raus an Kaufi. Grüß dich. ID 19. Nein, du hast mich um zwei Ränge geschlagen. Wie kannst du nur? Äh, genau. Das heißt, man kann die Festung ordentlich vorantreiben, ohne die Gildenspenden zu vernachlässigen. Und das ist schon ganz fein. Das heißt... Level 4. Das heißt, da... Kann man sich dann die Edelsteine holen. Die Dungeons früher schaffen. Akademie eventuell ein bisschen so für Bonus-EP. Warum nicht? Aber, genau. Am Gold wird's zumindest am Wochenende nicht scheitern. Und es ist natürlich umso wichtiger, dann... Also, äh... Jedes Level, welches man mehr hat, bringt praktisch den fünffachen Bonus. So, wenn man in der Vergangenheit ein, zwei, fünf Level Vorsprung hatte, hatte man eben ein bisschen mehr Gold immer pro Quest. Wenn man jetzt aber ein, zwei oder fünf Level Vorsprung hat, gibt's einfach die fünffache Menge jeweils und das ist schon krass. Ja, was kostet noch viel Gold? Items. Also, die Leute werden blättern ohne Ende. Es gibt ja richtig teure Items auch. Und... Da scheitert's bei den meisten am Gold. So, obwohl die Items mit Pilzen, die kosten meistens weniger. Hier zum Beispiel 50 Silber alles. Und das eine Teil mit Pilzen kostet die Hälfte. Aber trotzdem ist das eine Menge. Wer sich regelmäßig einkleidet, dem geht eventuell das Gold aus. Und was die Leute in der Vergangenheit dann gemacht haben, ist hier Stahl. Umweltprämie, Umweltprämie. Man sieht, jedes Level-Up gibt mir eine höhere Umweltprämie und dadurch das Gold holen. Weil wer zum Beispiel sagt, ich zocke hier sowieso auf diesem Server, mindestens ein Jahr lang, dann kann man sich ja das Mount schon direkt häufig holen. Obwohl man natürlich, wenn man ein höheres Level hat, auch dann mehr Gold bei der Umweltprämie erhält. Aber später ist das Gold nicht mehr so wichtig wie am Anfang beim Serverstart. Da macht's eben den Leuten am meisten Spaß. Und genau, aber im Gold-Event wird's da überhaupt keine Probleme geben. Was außerdem bestimmt noch eine Überlegung wert sein kann für viele, ist die Stadtwache komplett zu melken. Denn, naja, eine Stunde... Was nehme ich denn da? Eine Stunde ist so, als ob man fünf Stunden Stadtwache drin hätte. Bedeutet, wenig Zeit. Mit Dingenskirchen verschwenden, mit Quests. Eventuell alles in der Happy Hour machen. Und dann viel, viel, viel Stadtwache reinknallen. Das dürfte auch nochmal einen kleinen Unterschied bewirken. Inventarformen, da muss ich mich mal hier ausrüsten. Schuhchen habe ich auch mit bisschen Rüstung. Was ist hier los? Sexintelligenz und mehr Rüstung nehme ich natürlich. Genau. Und dann aber ab Level 10 erstmal. Das Sammelalbum im Zauberladen suchen. Kostet 25 Gold, glaube ich. Genau. Was man auch sich einteilen kann, ist ein bisschen so das Glücksrad. Beim Glücksrad gibt es eine ordentliche Menge Gold. Besonders dann, wenn man zum Beispiel Gold für das Sammelalbum benötigt, kann man sich hier die benötigte Menge Gold holen, wenn es denn das eine oder andere Mal kommt. Genau. Und hier, das ist das Glücksrad 1.0. Das Glücksrad 2.0 bekommt man erst später ab Level. Schlag mich tot, war es Level 66 oder irgendwie so. Oder 75 oder 99. Auf jeden Fall erst später, zufällig bei einer Quest. Dann zieht man das Glücksrad da drauf. Und dann hat man das Glücksrad 2.0 mit Früchten, mit Seelen für die Unterwelt. Mit, was kommt noch dazu? Früchte, Seelen. Und dafür verschwinden hier zum Beispiel Ressourcen in den kleinen Mengen. Genau. So ist das hier. So. Level 5. Was geht da jetzt los? Moment. Kurz mal abbrechen. Und kurz mal kämpfen gegen irgendjemanden hier für Erfahrungspunkte. Eventuell kann ich ja jetzt gewinnen. Oh, was sind das für Gegner? Sehr schön. Da nehme ich diesen Level 1er. Ich hoffe doch, dass ich gegen den gewinnen kann. So, 48 Erfahrungspunkte gewonnen. Zehnmal bekommt man ja EP. Da ist auch immer die Überlegung, macht man das am Anfang des Tages oder am Ende des Tages. Weil sich diese EP ja nach dem aktuellen Charakterlevel richten. Bedeutet, wenn man die Zehn am Ende des Tages macht, bekommt man logischerweise mehr. Der Desert Baron ist auch hier. Primus, ein Rang unter mir. Was haben wir noch so? Zwei Italiener. Da sieht man hier auch einige Deutsche oder so. Normalerweise immer ganz viele deutsche Flaggen. Oh. So viele Primus ganz weit oben. Äh, Moment mal. Da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Ich glaube, da muss ich rausgehen. Ich will hier niemandem den Platz. Ich glaube, nach der Folge gehe ich dann raus. Muss aber jetzt auch mal was hier rein spenden. So. Nein. 99. Man kann keine Silberwerte spenden, glaube ich. Nö, nur mindestens ein Gold. Deshalb mach mal hin mit der Quest hier. Oh, ich habe schon Treibshanduhren der Ungeduld. Eine einzige. Die kann man auch nutzen. Dann spart man sich Zeit und könnte daran theoretisch mehr Abenteuerlust aktivieren. So. Jetzt habe ich sogar zwei Gold. Direkt rein spenden. So. Ich wünsche auf jeden Fall, er gilt dann viel Glück auf diesem Server. Das dürfte definitiv eine deutschsprachige Gilde sein, weil ich eine Einladung erhalten habe. Sehen wir uns mal kurz die Charakterbeschreibungen an. Vielleicht steht da schon was drin oder so. Also. Nö, da hat noch niemand was reingeschrieben. Aber. Kann man ja mal anfragen. Eventuell. Was haben die in der Gildenbeschreibung? Auch noch nicht. Was gibt es sonst für Gilden mittlerweile? Jetzt dürften ja doch schon etwas mehr gegründet sein. Genau. Mh, mh, mh. Jo. Einige Gilden. Auf jeden Fall. Oh, richtig. Viele Gilden sogar. Ja gut. So. Ich habe schon zig Quests gemacht und es fehlen nicht mal noch sieben Punkte von der Abenteuerlust. Das ist krass. Zwei Geschick. Jo. Ist im Prinzip alles jetzt nicht so heftig von den Items her. Aber das wird schon. Also heute noch kein Gold-Event. Erst Samstag und Sonntag. Mal schauen. Im Forum habe ich nichts gelesen bezüglich Pilz-Dealer-Aktion. Normalerweise ist fast immer bei einem Server-Start eine, oder? Aber im Forum stand jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts. Von daher bin ich mir da nicht zu 100% sicher. Aber mal schauen. Genau. Das ist der Server-Start. Welt 22 International. Nach einer Viertelstunde sind es 5000 registrierte Accounts. Ja, ich meine Freitag, man muss auch bedenken. Um 16 Uhr sind noch nicht alle von Arbeitsschule, was auch immer. Uni zu Hause. Und eventuell tut sich da noch was. So 20.000 Leute. 30.000 am ersten Tag. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten definitiv drin sein. Oh, ich bin wieder auf Rang 16. Wer hat mich denn da angegriffen? Was wollte ich ansehen? Post. Kämpfe. Oh. Wieder irgendwelche Accounts. Gleich mit dem Pilz angegriffen. Viermal. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vierzehnmal. Angegriffen. Okay. Aber wieso sehe ich den Account nicht? Ich war immer einer von denen, die beim Server-Start die meisten gewonnenen Kämpfe hatten. Denn, wenn mich wer angegriffen hat, hat das ebenfalls für diesen Orden gezählt. Aber den gibt es jetzt nicht mehr. Was ich schade finde. Ich war wirklich, obwohl ich selbst nicht so oft gekämpft habe, auf allen Servern, auch auf S14, hatte ich zigtausende Kämpfe, die alle nicht von mir standen. Und da konnte ich selbst mit den Top-Spielern mithalten, die regelmäßig alle Arena-Kämpfe gemacht haben. Einfach, weil mich so viele Level-1er etc. angegriffen haben. Genau. Oder muss nicht Level-1er sein. Alle, die mich kennen, wollten mich mal angreifen. So, aus Spaß an der Freude. Und wenn ich gewinne, dann bekomme ich automatisch auch einen Sieg für den Orden. Aber den gibt es jetzt nicht mehr. Na gut. Ich glaube, für dieses Video soll es es gewesen sein. W22, Server-Start. Man kann mir gerne Post schreiben. Vielleicht lese ich das in der nächsten Folge vor. Bezüglich Gilden. Wenn da jemand was hat. So, ich spende hier auch noch was rein. Aber gehe jetzt dann raus aus Primus. Schreibe im Chat. Danke für die Einladung. Aber bin dann mal weg. Und Golden Mushroom. Das ist auch ein interessanter Name. Wer meine Videos verfolgt, weiß, was es damit auf sich hat. Den Golden Mushroom konnte man mal bei einem Gewinnspiel von Playa Games erhalten. So, aber jetzt schaffe ich noch das Level-Up. Das können wir uns noch ansehen. Sechs Rüstung. Nö, das ist definitiv schlechter, das Teil. Und, und, er erledigt. Level-Up, Level 6. Und, was haben wir so? Siebener gibt es auch schon. Genau, aber mit Level 6 bin ich, denke ich mal, ganz gut mit dabei. Die haben alle schon krasse Bögen, etc. Ja, und dann würde ich mal sagen, war es das mit der Folge. Ich bedanke mich für immer das Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter. Boop, boop.